Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ja, wir traden momentan knapp unter 38.000 US-Dollar. Wir hatten wieder einen leichten Abverkauf, aber im Endeffekt war das relativ vorprognostiziert. Wir haben ja gesagt, okay, die 36, 37k schreiben wir auf jeden Fall nicht ab für dieses Wochenende. Wir sind zwar nur auf 37.000, das haben wir an 400 ungefähr circa gekommen. Trotzdem gehe ich weiterhin davon aus, dass wir nochmal tiefer kommen. Ich warte immer noch auf diese letzte Kapitulation. Einfach nochmal diesen letzten Wig, aber dafür sprechen wir jetzt gleich nochmal drüber. Ansonsten lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal. Und schon mal zur Info, heute Nachmittag kommt noch ein cooles Test-Video raus mit den Jungs von Trading. Ja, später mehr Infos dazu. Schaut es euch auf jeden Fall an. Werde ich euch auf jeden Fall in der Telegram-Gruppe und sonst wo benachrichtigen. Wie gesagt, momentan traden wir bei knapp unter 38.000 US-Dollar. Letzter Abverkauf wieder, keine Bullish Divergence, nur auf den größeren Timeframes. Also wir haben weiterhin so in Richtung Daily und Weekly vor allem eine Bullish Divergence vorliegen. Trotzdem warte ich immer noch so auf diese letzte Kapitulation in dem Bereich von 36k. Einfach um so ein Fake-Out zu produzieren, um die Leute noch bearischer zu machen, als sie sowieso schon sind. Also wenn ich so die Gruppen durchgucke, ist jeder irgendwie so, ja wir gehen jetzt Richtung Bärenmarkt oder wir sind schon im Bärenmarkt. Nach 30k und sowas sehe ich momentan immer noch nicht. Ich warte einfach auf diese letzte Kapitulation in Richtung 36k, die dann sofort aufgekauft wird und dann wirklich die Trendwende bringt. Also das ist so momentan der Plan. Wir haben übergeordnet weiterhin hier dieses Falling Wedge, was noch im Play ist. Ansonsten gibt es bei Bitcoin eigentlich wenig zu sagen. Also ich interpretiere hier jetzt noch keinen doppelten Boden hier rein. Das ist ja einfach zu früh, vor allem weil Wochenende ist, es ist 1. Mai und so. Noch weniger Liquidität, denke ich mal, sowieso als sonst wo ist. Trotzdem, 36k sind weiterhin im Play, Error ist alles relativ verrunden Volumen. Kommt einfach kein Zinn im Markt, deswegen gehe ich weiterhin eher von tieferen Kursen aus. Wir schauen uns jetzt gleich nochmal die Altcoins an, die absolut am Bluten sind bzw. einen kompletten Crash mittlerweile erleben. Auch wenn es hier alles drüben grün aussieht, sind es einfach jetzt mal nur die Verluste von den letzten Tagen einfach mal minimale Prozent dazugewinne. Ansonsten gibt es bei Bitcoin nichts zu sagen. Ich halte es weiterhin für möglich, dass dieser Bereich hier drüben noch aufgefüllt wird. Vor allem 35,6 bis 36, das würde einfach perfekt zu diesem Preistarget passen, wo ich gesagt habe, die 36k. Einfach um hier diesen Bereich vielleicht nochmal ein bisschen Liquidität reinzubringen, wäre eine Möglichkeit. Passt mit der 36k überein, deswegen behaltet es im Hinterkopf. Ein Fake-Out ist jederzeit nach unten hin möglich. 30k sehe ich momentan noch nicht, dafür müssten erstmal die 34 und sowas brechen bzw. hier ein Lower-Low gebildet werden. Die Trendlinie hält, gutes Zeichen. Deswegen momentan sollten wir vor allem bei Bitcoin noch nicht so Schwarzmannerei betreiben, sage ich jetzt mal. Wir sind klar in einem Downtrend, wir bilden Lower-Lows, wir bilden Lower-Highs. Absolut klar ersichtlich, solange sich diese Struktur nicht ändert, sind wir weiterhin in einem Downtrend und könnten weiterhin tiefere Kurse sehen. Deswegen, kurzes Update dazu, schauen wir uns jetzt mal ganz genau die Altcoins an. Ethereum hat es da noch gar nicht so schwer getroffen, sage ich jetzt mal. Auch hier besteht weiterhin die Möglichkeit eines Falling-Vetch, was noch ein bisschen Luft, sage ich mal, hat auszubrechen. Genauso wie bei Bitcoin, haben wir ja gesagt, bis Mitte Mai circa, haben wir Luft noch seitwärts zu laufen. Bei Ethereum glaube ich das ehrlich gesagt nicht, aber auch hier ist der Downtrend klar ersichtlich. Lower-Lows, Lower-Highs, wobei wir auch hier jetzt langsam aber sicher so übergeordnet, sage ich jetzt mal, eine kleine Bullish-Aversion sehen. Trotzdem würde ich die momentan nicht traden, ich würde einfach momentan die Finger komplett von Altcoins lassen. Spot nachkaufen, kein Problem, vor allem bei manchen Altcoins, die wir uns jetzt angucken, habe ich nochmal ein bisschen zugeschlagen. Ansonsten traden. Vom FIP-Level her sage ich jetzt einfach mal, okay, wir sind hier am 0,786er momentan gebounced, sage ich mal, von dieser Aufwärtsbewegung. Wenn wir das FIP-Level jetzt komplett runterziehen, haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Downside-Potenzial, beziehungsweise sind jetzt von diesem kompletten Downtrend bei 2150 US-Dollar bis zu unserem High hier oben, sind wir jetzt genau am Golden Pocket. Das heißt, das kleinere Golden Pocket wurde gesprochen mit 0,786er und das 0,786er ist in Confluence mit diesem riesen Golden Pocket. Also momentan sieht es auch bei Ethereum erst einmal gut aus, könnte jetzt erstmal der Boden sein, vielleicht so ein kleines Trend-Reversal. Müssen wir auf jeden Fall den Montag abwarten, ob wir wieder so einen False-Move kriegen. Das heißt, Abverkauf, was wir auch bei Bitcoin weiterhin im Möglichen behalten, diese 36k Abverkauf. Abverkauf, Leute bearish stimmen, um dann, sage ich mal, wirklich einen neuen Trend nach oben hin zu schaffen. Schauen wir uns Cardano an. Cardano unter 0,80 Dollar Cent gefallen. Dieser Slow da drüben hat nicht mal mehr gehalten. Also wir sind jetzt auf jeden Fall ganz, ganz unten mittlerweile angekommen. Nicht gut zumindest, weil wir einfach kein höheres Tief gebildet haben. Also der Downtrend ist auch hier klar ersichtlich. Absolutes Abverkaufsvolumen ist hier sogar noch reingekommen. Also höher nochmal als das zuletzt anfallende Volumen. Wir hatten hier erst so einen kleinen Downtrend, der jetzt wieder deutlich nach oben gegangen ist, was das Volumen anbelangt. Aber leider nur Abverkaufsvolumen. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Ganz ehrlich, das FIP-Level können wir uns jetzt mittlerweile sonst wo hinschmieren. Bringt nichts mehr. Downtrend ist einfach jetzt das, was auf jeden Fall zählt, solange dieser nicht gebrochen wird. Und dieser liegt momentan nach jetzigem Kurs bei ungefähr 0,82 Dollar. Können es hier auf jeden Fall weiter runtergehen. Also wir haben auch hier theoretisch einen Falling Wedge gehabt. Aber wir werden es uns gleich nochmal angucken. Weil gestern hatten wir auch so das Thema, ja es bilden sich überall Falling Wedge. Ich wäre da jetzt echt vorsichtig. Für mich Bitcoin momentan an erster Stelle, was das Falling Wedge anbelangt. Altcoins würde ich momentan einfach mal ein bisschen beiseite legen. Einfach, weil das jetzt nicht ein Einzelfall ist, dass wir hier einfach nach drunten gebrochen sind. Grundsätzlich ein bullisches Startpattern. Aber solange wir da bei den Altcoins überall drunter fallen, ist das nichts mehr Bullisches. Also das hat auch nichts mit Fake-Outs zu tun. Deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal noch kurz XRP an. XRP unter 0,60 Dollar sogar. Wir hatten einen kurzen Wig in dem Bereich von 0,56. Das war dann dieses Low. Also momentan, sage ich mal, ist es noch nicht so gravierend, weil einfach dieses Low da drüben noch gehalten hat. Aber trotzdem sieht es nicht gut aus. Auch hier hätten wir irgendwie einen Falling Wedge einzeichnen können. Deswegen Altcoins momentan echt vorsichtig, hier irgendwas reinzugehen. Key-Level hat nicht gehalten. Also auch schon mal ein beschissenes Zeichen erst einmal. Wir hatten hier drüben eigentlich keine richtigen Voids mehr. Trotzdem Kurs komplett abverkauft worden. Verkaufsvolumen kann rein. Wir sind zwar jetzt ein bisschen gebounced. Aber ganz ehrlich, lass die Finger von Altcoins momentan. Wir schauen uns jetzt mal noch ganz... FTM ist ein krasses Beispiel. Gutes Falling Wedge gehabt. und komplett nach unten abverkauft worden. Und warum? Wir hatten hier unsere letzte Supportzone. Die hat nicht gehalten. Danach ging es los mit Voids. Und das Schlimme ist, also wir hatten jetzt hier so einen kleinen Boden bei ungefähr 0,65. Wir könnten aber ganz ehrlich noch mal viel, viel weiter runter in Richtung Bereich von 0,60. Worst Case sogar hier bis 0,53. Ich habe zwar hier jetzt erstmal nachgekauft ein bisschen. Trotzdem die Möglichkeit, dass wir hier noch weiter nach unten fallen. Vor allem wenn Bitcoin in Richtung 36k geht. könnte auch FTM nochmal eine Korrektur von knapp 25%, sag ich mal ungefähr, nochmal hinlegen. Er ist absolut überverkauft mittlerweile. Trotzdem heißt es nicht, wir sind in einem Void. Dieses Void könnte auf jeden Fall noch gefüllt werden. Deswegen ein bisschen vorsichtig. Wir würden auch wahrscheinlich hier mit unserem ehemaligen Downtrend hier nochmal mit übereinpassen. Hier unten dieser Bereich. Also passt einfach auf. Momentan Spot ist okay. Wenn ihr wirklich langfristig an das Projekt glaubt, kauft vielleicht nach. In Tranchen, sag ich jetzt mal. Aber momentan Altcoin-Trades einzugehen, lasst einfach die Finger von. Dann eher short. Aber ihr wisst, ich shorte momentan nicht. Beziehungsweise ich shorte generell gar nichts mehr. Solange wir gefühlt noch in einem Bullenmarkt sind. Long-Trades müssen wir abwarten, bis sich hier ein richtiger Boden bildet. Ansonsten sieht es nicht gut aus. Wir haben überall noch Abwärtspotenzial. Weil auch wenn hier wirklich alles drüben grün ist, täuscht es natürlich darüber hinweg, dass wir einfach die letzten Tage massive Abverkäufe erst einmal hatten. Solana, mal kurz Beispiel, unter 90 US-Dollar waren sogar kurzzeitig bei 81 US-Dollar-Cents. Das war dann hier unser letztes Level. Wobei es hier noch übergeordnet nach oben geht. Also dieser Trend hat erstmal gehalten. Wir haben nicht dieses Loader drüben rausgenommen. Aber das ist natürlich ein Einzelfall. Deswegen passt einfach auf. Nicht zu viel Altcoin-Trades oder sonstiges machen. Dann eher short, wenn ihr wirklich gutes Setup habt. Long-Trades erstmal beiseite legen. Augen auf. Hier auf Bitcoin. Das ist das, was zählt. Das ist das, was die Richtung angebt. Bitcoin läuft seitwärts. Altcoins bluten. Lasst euch nicht von diesen Prozent enttäuschen. Immer ein bisschen vorsichtig momentan. Schauen wir uns doch ganz kurz die News an. Krypto-Steuer-Änderung, Staking, Landing und Co. Jeder hat es mitbekommen. Gutes Zeichen, in Deutschland zumindest, dass die Haltefrist dadurch nicht mehr verlängern wird. Wer den Artikel interessiert, ich habe ihn euch, glaube ich, sogar schon in die Telegram-Gruppe gepostet. Schaut da gerne nach. Ansonsten, wer nicht abwarten kann, bei Krypto-Guru vorbeigucken, kommen jeden Tag aktuelle News. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Später, wie gesagt, kommt noch ein kleines Testvideo, wo ich mit den Jungs von Trading & Air gemacht habe. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Wird auf jeden Fall ein Zweiteiler. Aber die Videos kommen zur gleichen Zeit online, dass ihr direkt im Anschluss weiterschauen könnt. Ansonsten, schönes Wochenende noch. Schönen Sonntag. Hoffentlich schönen sonnigen Sonntag. Wir hören uns morgen Nachmittag dann wieder. Ich freue mich drauf. Ansonsten, stay crypto und ciao, ciao.